In unserer Transferpolitik haben wir dieses Jahr beschlossen, nicht zu klotzen. Aber nächstes Jahr. Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison. Namen hat Uli Hoeneß noch keine genannt. Doch es gibt einige potenzielle Neuzugänge, die der FCB-Präsident gemeint haben könnte. Kandidat 1, Callum Hudson-Odoi. Der FC Bayern will den 18-Jährigen von Chelsea unbedingt haben. Das machte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Winter klar und bekam ihn prompt nicht. Ein neuer Anlauf im Sommer dürfte schwierig sein. Den Blues wurde nämlich eine Transfersperre auferlegt. Heißt, der Kader soll möglichst zusammenbleiben. Zudem ist Hudson-Odoi bei den Fans beliebt. Nur mit einem Mondpreis könnte noch was gehen. Wechselwahrscheinlichkeit 50%. Kandidat 2, Niklas Stark. Der Hertha-Innenverteidiger befindet sich nach exklusiven Sport1-Informationen auf dem Radar der Bayern-Bosse. Allerdings läuft Starks Vertrag in Berlin noch bis 2022. Er wäre also nicht gerade günstig. Nur die 1b-Lösung, falls ein prominenterer Verteidiger nicht kommen sollte. Doch dazu später mehr. Wechselwahrscheinlichkeit 40%. Kandidat 3, Ante Rebic. Der Kroate gehört zum magischen Sturmtrio der Eintracht, hat in dieser Saison bereits acht Ligatore geschossen. In der vergangenen Spielzeit holte er gemeinsam mit dem jetzigen Bayern-Coach Niko Kovac den DFB-Pokal. Der schätzt seinen Landsmann Rebic außerordentlich. Wechselwahrscheinlichkeit 75%. Kandidat 4, Timo Werner. Über dessen vertragliche Situation weiß Uli Hoeneß bestens Bescheid. Ich habe ja gesagt, dass wir über Transfers zur neuen Saison oder zur übernächsten Saison, weil der Vertrag von Timo Werner, wie Sie wissen, läuft ja erst 20 aus, geben wir keine Angaben an. Bedeutet, entweder kommt der Nationalstürmer für viel Geld in diesem Sommer oder die Bayern warten einfach, bis Werner im nächsten Jahr ablösefrei zu haben ist. Ein Umstand, den noch Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick offenbar in Kauf nehmen würde. Für die nächste Saison kann sicherlich kein Leipziger dabei sein, weil von uns keiner einen auslaufenden Vertrag hat. Und insofern kann für die nächste Saison noch kein Spieler verpflichtet worden sein. Von uns zumindest mal keiner. Werner selbst hat ja immer wieder angedeutet, dass die Bayern ein mögliches Transferziel für ihn sein könnten. Wechselwahrscheinlichkeit 80%. Die Ausstiegsklausel des Franzosen von Atletico Madrid liegt bei satten 85 Millionen Euro. Sport1 weiß, die Bayern wären bereit, sie zu bezahlen. Das deutete auch Uli Hoeneß im Check24-Doppelpass an. Für so einen Abwehrspieler über 80 Millionen zu zahlen? Widerstrebt ihr das nicht? Wenn er gut ist, würde ich es bezahlen. Ist Hernandez so gut? Er ist Weltmeister. Es deutet alles darauf hin, dass der 23-jährige Bayerns Königstransfer wird. Wechselwahrscheinlichkeit 90%.